Musik Wir haben jetzt zum ersten Mal eine Unterkunft über Airbnb gebucht. Das ist zum einen halt viel günstiger als Hotels, zum anderen auch noch frei. Und ein dritter guter Punkt ist, wir haben jetzt eine Spitzenlage. Also wir sind jetzt vielleicht so fünf Minuten vom Hauptbahnhof hierher gelaufen, sind mitten in der Einkaufsstraße, also können alles zu Fuß erreichen. Bisschen kommentiert ist, wir sind bei Chinesen. Die haben unten drunter noch ein Restaurant. Und wenn wir in die Wohnung wollen, dann müssen wir mit dem Aufzug fahren. Der ist wirklich total winzig, da passen gerade mal zwei Personen rein und dann ist er von einem Ende bis zum anderen Ende wirklich voll. Und da müssen wir so einen Schlüssel reinstecken. Und wenn wir den Schlüssel rumdrehen, das ersetzt quasi den Knopfdruck für das Stockwerk. Das ist also irgendwie nur privat zugänglich. Den Weg zeigen wir euch jetzt. Schöner, ob sie es ist. Das soll wohl in der Küche sein. Okay, also es ist wirklich eng. Wir sind jetzt in Luzern in der Innenstadt und hier hinten haben wir jetzt die Kapellbrücke. Wir durften dann auch teilhaben an den teuren Preisen in der Schweiz. Allein dieser Kaffee hat ca. 8 Euro gekostet. In Deutschland kostet das Ganze 4,50 Euro. Hier gibt es ein Raclette Öfeli. Die ist ungefähr so groß wie ein Pfännchen. Zudem ein Käsküchelink. Wir haben gerade Fotos gemacht im Abendlicht mit hier der Kapellbrücke im Hintergrund. Und dann wurde der Benedikt gefragt, ob er Fotos machen kann. Das kommt ja öfters mal vor. Weil Anna hat ja keine Zeit, aber es sieht professionell aus. Ja, und der Kerl hat irgendwas gelabert von, nur Hauptsache viele Fotos machen. Ja, dann ist er halt mitgegangen. Tja, und nach der zweiten Foto hat sich der Typ dann vor seine Freundin gekniet. Und irgendwie habe ich es in dem Moment dann auch verkackt. Aber ich habe ein paar Fotos gemacht. Wenigstens hat sie Ja gesagt. Von daher, wenn die Fotos nichts geworden sind, wenigstens der Anteil. Wir haben jetzt 5.30 Uhr. Ich habe mit dem Benedikt aus dem Bett gescheucht. Und gleich geht die Sonne auf. Und hoffentlich sieht das Ganze hübsch aus. Das ist ja wirklich ein müden Benedikt daneben dran. Heute fahren wir auf den Frohen Albstock. Der ist auf 1.900 Meter. Und die erste Etappe vom Tal, die ging es mit der Standseilbahn auf 1.200 Meter. Also hier unten kommt die Bahn dann hoch. Und da geht es dann mit dem Sessellift weiter bis ganz nach oben. Wir sind jetzt ganz oben auf dem Berg angekommen. Hammer Aussicht und super Wetter. Auf den Gipfeln liegt sogar noch Schnee. Auf den Gipfeln. Und dann geht es hier. Ich habe dann ein bisschen geholfen. Das war Alter. Unser Kurzurlaub in der Schweiz ist jetzt zu Ende. Es ist der letzte Abend in Luzern. Eine schöne kleine Stadt, die man auch ganz gut in einem Tag besichtigen kann. Es reicht auch, weil es ist wirklich alles sehr teuer, mindestens mal doppelt so teuer wie in Deutschland. Dafür hat uns aber die Aussicht sehr gut gefallen und besonders auch die Landschaft oben auf dem Berg war super. Fotos da vorn sich übrigens hier.